Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Schönen Dank an Nick Fury fürs wie immer gelungene Einsprechen unseres Intros. Moin Moin aus Flensburg und herzlich willkommen zu unserem Staffel-Recap zur zweiten Staffel von Loki. Ich habe heute, also ich glaube ich hatte noch nie einen ehrenwerteren Gast im Haus, also ich habe sogar zwei ehrenwerte Gäste im Haus. Ich habe einmal meinen Chef hier, hallo Andi. TikTok, TikTok, madness comes tonight. What's reality compared to me? I rest on the bed and I'm sure I slowly get mad. Guten Tag. Andi, kann das sein, dass du einen Schlaganfall hast? Kaum. Kaum. Ich glaube nicht. Prima. Chef Andi ist da, ich bin da und wir haben einen, ich möchte fast schon sagen, Stargast. Wir haben den erfahrenen Marvel-Recapper Marco hier von der Flimmerkiste mit Marco. Grüß dich Marco. Ja, moin, in die Runde. Schön hier zu sein. Schön, dass es endlich mal geklappt hat. Wir hatten ja zwei Vorhaben schon einmal, in denen wir dich einbinden wollten. Einmal war es natürlich der Ersteindruck zur zweiten Staffel, den ich dann mit dem David aufgezeigt habe, der heute leider nicht kann. Der ist beim Klassentreffen lustigerweise. Und das erste Vorhaben war mal der Transformers-Recap, der von uns aber nie ausgestrahlt wurde. Das muss gejinxt worden sein, als du abgesagt hast. Deswegen haben wir das nicht ausgestrahlt. Also nochmal neu aufnehmen mit dir. Ja, zum Beispiel. Das wäre eine Idee. Aber das ist einfach inhaltlich nicht durch unsere unheimlich aufwendige Qualitätskontrolle gekommen. Da war keine Chance ohne dich. Die war im Urlaub gerade. Ja, auch das. Marco. Ey, da mal Teaser an den offiziellen Adventskalender, den es beim Telestandtisch geben wird. Ja, kleiner Teaser. Ab 1.1. geht's los. Viel geiler Scheiß. Adventskalender, Audio, auf geht's. Und da gibt's so eine Frage an irgendeinem Tag, welche Aufnahmen oder welche Dingsbums man kritisieren würde. Dass man sich quasi herausnimmt, welche Aufnahme im Jahr 2023 man nicht gut findet von den Kolleginnen und Kollegen. Und da habe ich tatsächlich genau dieses Transformers-Ding erwähnt, weil ich mich sehr darauf gefreut habe, was eben aus diesen qualitativ genannten Gründen, nur audioqualitativen Gründen, nicht veröffentlicht worden ist. Weil sonst ist mir keiner aufgefallen, die ich wirklich schlecht gefunden hätte. Also auf jeden Fall wird da nochmal referenziert in unserem Adventskalender. Das ist echt. Und du weißt, dass jeder gute, große Podcast hat eine Folge, die nie ausgestrahlt wurde. Jetzt haben wir auch eine. Jetzt sind wir richtig groß. Mindestens eine. Keine Sorge. Ja, wie gesagt, am 1.12. könnt ihr da unseren Adventskalender hören. Da werdet ihr unseren Marco nicht hören. Aber Marco, für unsere nicht erfahrenen HörerInnen, die vielleicht auch noch nie von dir gehört haben, kannst du dich einmal so ein bisschen vorstellen, woher kennt man dich vielleicht oder wo kann man dich sonst hören? Ja, mich kann man natürlich sonst in meinem eigenen Podcast hören. Flimmerkässe mit Marco, der Film- und Serien-Podcast, wo ich ja unter anderem auch schon mit dir diverse Marvel-Serien gerecapt habe. Eigentlich alle, die jetzt bisher auf Disney Plus rausgekommen sind. Ja, manche ein bisschen zusammengefasst, aber viele auch folgenweise. Und ja, und ich bin unter anderem auch noch Teil des Podfluencer-Netflix-Netwerks, wo ich auch noch ab und zu eine Folge beisteuern kann. Aber hauptsächlich kann man mich natürlich auf meinem Kanal hören oder halt mir bei Instagram folgen. Auch unterm selben Namen, Flimmerkässe mit Marco. Sehr schön. Da haben wir das schon mal geklärt, dass man dich also in deinem eigenen Podcast hören kann. Den Andi, den kennt ihr ja, der braucht sich nicht vorstellen. Aber dem frage ich auch das Gleiche. Aber bei Marco interessiert es mich, weil wir auch gefühlt, glaube ich, damals mal mit WandaVision angefangen haben. Das war ja so die erste Sache nach Endgame. Wie stehst du jetzt generell zum MCU bis Avengers Endgame? Fangen wir damit erstmal an. Also mit der in Anführungsstrichen schönen Seite vom MCU. Die helle Seite der Macht. Also mich hat das MCU eigentlich vom Anfang an, also mit Iron Man und der unglaubliche Hulk, sofort irgendwie in seinen Bann gezogen. Auch wenn ich sagen muss, dass ich nicht gleich im Kino war. Also ich habe die, glaube ich, die ersten zwei Filme habe ich noch auf, die Jüngeren werden es nicht mehr kennen, aber auf DVD gesehen. Und, ähm, aber ab, ich glaube, ab Captain America habe ich jeden Film im Kino gesehen. Manche auch mehrmals. Und Marvel, beziehungsweise dann Marvel Studios, hat es dann halt einfach geschafft, über diese ganzen Jahre bis 2019, bis Endgame, einfach für mich auch so einen Lauf zu haben, so einen Hype zu generieren, dass man sich wirklich gefreut hat, jedes Mal den nächsten Film im Kino zu sehen. Und ich weiß noch, als damals der Infinity War Trailer rauskam, ich hatte wirklich, also ich habe selten Gänsehaut, wenn irgendein Trailer kommt oder sowas, aber bei Infinity War und Endgame dann auch zum Schluss von Phase 3 ging es mir so. Da habe ich wirklich Gänsehaut gehabt, nur bei dem Trailer. Und ja, das war einfach dann auch mit Endgame so ein Peak, so eine Höhe bei Marvel. Also das hat mich einfach, weiß ich, wenn dann nach elf Jahren so drei Phasen enden mit Thanos und dem Kampf und alle Helden, die hier aufeinander zustürmen, das war einfach atemberaubend. Also ich habe Endgame bestimmt drei, vier Mal im Kino gesehen. Da waren mir die drei, knapp drei Stunden auch egal. Also wirklich, wirklich klasse. Also die ersten drei Phasen, wirklich super. Jetzt hast du selber schon den Einschnitt vorgenommen. Und wie steht es denn jetzt mit dem MCU danach? Also sprich mit Phase 4 und der jetzt angefangenen Phase 5. Wie sieht es denn da bei dir aus? Ja, ich meine, da werden mich auch viele steiningen. Ich kann irgendwie gefühlt eigentlich jedem Projekt, was da kam, irgendwo ein bisschen was abgewinnen. Also ich finde, so qualitativ ist es natürlich nach unten gegangen, so ein bisschen. Aber ich finde, dieses Bein hat sich Marvel Studios auch irgendwie selber gestellt, weil man irgendwie das Gefühl hatte, gerade in Phase 4, dass der rote Faden so ein bisschen gefehlt hat. Also wo wollten sie hin mit den ganzen Filmen? Also sie waren halt unterschiedliche Ausrichtungen. Dr. Strange 2 war so ein bisschen was Eigenes. Ich meine, da hatte trotzdem noch jeder irgendwo seine Momente. No Way Home, Spider-Man hatte seine Momente und so. Und auch die Seriensachen, die dann kamen. Also du hast es ja schon erwähnt, wir haben ja damals WandaVision zusammen gerecapt. Und da haben wir uns ja kennengelernt 2021. Und ja, irgendwie, es war immer irgendwie noch ein bisschen was Gutes dabei, aber es wurden einfach so viele Fässer aufgemacht. Und man wusste nicht wirklich, ja, wo geht jetzt die Reise hin? Jetzt hatte man ja so ein bisschen durch Kang, der jetzt als Oberbösewicht eingeführt worden ist, ja so ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt in diese Richtung geht. Da ist ja momentan auch alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Also ich glaube, das fehlt halt dem Ganzen einfach irgendwo. Aber ich muss auch ehrlicherweise bis jetzt auch so sagen, ich glaube, es war auch schwer, diesen Hype, den sie über elf Jahre generieren konnten, nochmal zu wiederholen. Also ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, sowas neu aufzubauen. Ja, da gehe ich mit. Ich würde jetzt einmal den Andi auch fragen, aber das auf vielleicht die Phase nach Endgame beschränken. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich glaube, du hast mit, unter anderem du ja auch den Black Panther, den zweiten, besprochen. Und ansonsten weiß ich über deinen Status in Sachen MCU gar nicht. Wie ist denn bei dir der Stand jetzt? Ja, relativ gut. Ich habe bis auf den neuesten The Marvels auch alles gesehen, inklusive der Serien. Ich habe diese Serien, die inzwischen nicht mehr zum MCU gehören, sowas wie Agents of S.H.I.E.L.D., habe ich nicht vollständig gesehen, aber weite Teile davon. Also kurzum, was dieses aktuelle MCU angeht, da bin ich vollends drin und habe grundsätzlich auch Bock, mir The Marvels anzugucken. Ich schließe mich dem Marco völlig an, wenn es darum geht. Ja, ich kann in allen Projekten irgendwo auch was für mich finden, habe aber auch einige herbe Enttäuschungen in den letzten Monaten erlebt und bin insgesamt zum Beispiel auch der Meinung, man sollte mal ein Jahr oder zwei mal aussetzen, mal pausieren, mal zur Ruhe kommen. Passt doch gut, dass jetzt durch den Autorenstreik tatsächlich ja für 2024, nee, 2025 nur einen MCU-Film angekündigt ist, nämlich Deadpool 3, wie jetzt ganz neu herausgekommen ist. Da bin ich also auch gespannt. Denn ich muss sagen, hätte ich nie gedacht, dass ich in dieser Runde derjenige bin mit der größten Marvel-Fatigue sozusagen. Ich bin des Ganzen sehr, sehr müde. Ich habe bis auf, nein doch, ich habe ja mit Marvel nachgeholt, damit ich Captain Marvel 2 oder The Marvels vielmehr verstehe, in Anführungsstrichen. Ich habe auch alles gesehen. Ich bin noch nicht ganz fertig mit Guardians of the Galaxy 3, ehrlich gesagt, aber da bin ich noch in der letzten dreiviertel Stunde. Aber ich muss wirklich sagen, mich langweilt Marvel mittlerweile zusehends. Ich fand den Anfang des Jahres schon mit Ant-Man 3, Quantumania eher erstaunlich schwach. Auch wenn da die größte Stärke der von Jonathan Majors gespielte Kang ja ist, beziehungsweise eine von seinen Varianten von jenem, der bleibt. Ich bin aber ansonsten richtig Marvel-müde geworden. Mich interessiert das alles nur noch so bedingt. Es ist so ein bisschen so, ich habe das auch schon im Staffel Ersteindruck zu David gesagt, es ist so ein bisschen so aus Chronistenpflicht und aus dieser Hobby-Redaktionsarbeit merkt man so, dass man natürlich so ein bisschen dabei sein muss und am Ball bleiben muss. Aber mit Leidenschaft ist das tatsächlich seit Spider-Man Far From Home nicht mehr verbunden. Ich fand No Way Home noch ganz okay. Das ist für mich auch der stärkste Film der Phase 4, wenn es die richtige Phase ist, die ich da erwische. Ich fand Black Panther 2 viel zu lang, viel zu unausgegore. Ich wusste gar nicht, was der erzählen wollte. Und so ging es mir dann mit vielem. Und ich bin ja auch derjenige der Runde, der Captain Marvel 2 bzw. The Marvel schon gesehen hat. Und da wirklich, ich kann gar nicht sagen, dass ich enttäuscht wurde. Ich hatte fast nichts erwartet und diese Erwartungen wurden noch unterwältigt. Das muss ich auch sagen. Wie waren denn dann eure Erwartungen eigentlich zur Loki-Staffel, zur zweiten Staffel, Andi? Wie sieht es bei dir aus? Also gerade, weil die Serien mich natürlich so enorm enttäuscht haben und ich möchte gar nicht so klassisch wieder drauf rumhacken, wie bescheiden ich beispielsweise Secret Invasion fand. Das war wirklich ganz schlimm. Da hört gerne mal in unsere Besprechung rein, die ich hier aufgezeichnet habe. Wir haben ja immer Screener vorab für die einzelnen Serien und die habe ich mir dann da anschauen können. Also das fand ich mega enttäuschend. Ich fand Miss Marvel mega enttäuschend. Ich fand She-Hulk mega enttäuschend. Und das, obwohl ich einzelne Facetten dieser Serien durchaus was abgewinnen konnte, war letztlich Loki und die erste Staffel Loki das, was durchaus so ein bisschen so ein Leuchtturmprojekt für mich auch war innerhalb dieser Serienlandschaft von MCU. Weil ich hier das Gefühl hatte, dass hier, ich weiß, ich kenne mich über die Budgets nicht so aus, aber sollten die nicht das höchste Budget von allen Serien gehabt haben, haben sie es zumindest mit Abstand am besten genutzt. Sowohl in der Optik, als auch konkret im Storytelling, in dem Geld, das man scheinbar in die Drehbücher gesteckt hat. Weil es hier überhaupt sowas wie ein Konzept zu geben scheint, sowie inhaltlicher als auch handwerklicher Natur. So, dass ich richtig Bock hatte auf den zweiten Teil. Und gerade Tom Hiddleston ist ja so auch so ein Schauspieler. Da glaube ich, da geht viel. Ich habe von dem jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr gesehen, aber ich kenne beispielsweise dieses Hotelmanager-Ding, was er gemacht hat. Das habe ich vor einiger Zeit mal angeschaut. Genau, das Ding, das fand ich schon alles ganz cool. Und er hat ja über die Jahre auch am Loki eine Menge gearbeitet, wenn man sich da mal vor die Augen führt, was er aus der Figur alles gemacht hat. Dazu vielleicht an späterer Stelle hier in dem Cast mal mehr. Und da gibt es auch noch andere Projekte, dieses Kong, da war er auch am Start hier mit King Kong und so. Also er hat ja durchaus Sachen gemacht. Ich hatte Bock auf ihn. Und deswegen ist das eigentlich so ein bisschen meine letzte Hoffnung innerhalb der MCU-Serielandschaft gewesen. Und ja, zu Glück hat es funktioniert. So viel sei mal gespoilt schon. Hat es bei dir auch so gut funktioniert, Marco? Bei mir hat es sehr gut funktioniert. Also mich hat die Serie komplett abgeholt, auch mit der ersten Folge von der zweiten Staffel. Ich meine, gut, man muss ja sagen, der Andi hat es ja schon richtig gesagt, das ist ja eigentlich ein zweiter Teil. Ursprünglich war es ja eigentlich als zwölfteilige Serie geplant, aber die mussten ja aufgrund von, ja, wir wissen es ja alle, was war, mussten sie die Produktion ja unterbrechen. Deswegen gab es ja dann zwei Staffeln. Und es sagt ja auch schon viel, wenn man die einzigste MCU-Serie bisher ist, aus dem Marvel Studios Kosmos, die eine zweite Staffel überhaupt bekommen hat. Also alle anderen sind ja nach der ersten Staffel irgendwo. Hashtag Moon Knight. Ja, und deswegen, also mich hat die Serie wirklich gut gepackt. Ich muss natürlich auch sagen, es gab jetzt auch wieder jetzt hier in dieser zweiten Staffel die eine oder andere Folge, wo ich mir gedacht habe, ah, da hätte man irgendwie mehr draus machen können. Also ich finde, das ist irgendwie so, ich glaube, das haben wir damals auch so bei WandaVision auch schon so ein bisschen besprochen haben, so viele Ansätze sind wirklich sehr, sehr gut, aber oftmals werden diese halt nicht ausgespielt. Also Andi hat ja auch zum Beispiel Miss Marvel zum Beispiel angesprochen. Da fand ich zum Beispiel so den Beginn ganz cool, als man halt wirklich mal so richtig so abgedreht in diese Comic-Welt so rein ist, wo man dann so, sie fährt so mit dem Fahrrad vor den Häuserblock rum und dahinter sieht man dann so Comic-Figuren. Das wird ja hier in, also kein großer Spoiler, aber das wird ja in so Marvels auch kurz gemacht so am Anfang. Und ich finde, warum geht da Marvel nicht einfach auch mal all in und zieht sowas halt auch mal durch, als immer sowas nur anzureisen und dann doch wieder so in diese üblichen Heldenbahnen reinzukommen? Ja, eine Menge. Warum machen die das nicht, Marco? Das frage ich mich nämlich auch die ganze Zeit. Warum gehen die nicht mal so richtig steil? Und ich glaube, wenn ich mir die anderen Serien alle so angucke, dann unterscheiden sich Loki in einem konkreten Punkt, nämlich, dass eigentlich scheißegal ist, was bei Loki passiert. Zumindest theoretisch. Alle anderen Serien sind mehr oder weniger, dass es sei ganz groß und irgendwie blinkend und sonst wie formuliert geschrieben, die haben verbunden mit dem Haupt-MCU. Die haben alle irgendeine Form von, nun ja, loser Beziehung halt zu sowas wie einem Hauptarc, wo auch immer der gerade ist. Aber bei Loki war ja dadurch, dass er selbst eine Variante ist und er in einen Bereich geht, der außerhalb von allem spielt, vor allem Raum und Zeit, war relativ egal, was mit ihm ist. und er ist ja auch, unser Loki ist ja in der Haupt-Kontinuität, von der das hier eigentlich losgelöst spielt, ja tot. Und insofern war das hier so ein bisschen eine Wildcard, die man zum Glück, wie ich finde, auch genutzt hat. Aber da müssen wir den Ball auf jeden Fall nochmal an den Timo weiterspielen, wie das mit deinen Erwartungshaltungen aussah und ob du diese Unabhängigkeit der Serie auch... Ja, absolut. Also das ist das große Plus an der Serie gewesen, weil sie einfach nicht sich auf irgendwelche Sachen verlassen musste und auch nicht so großartig, in Anführungsstrichen, angekündigt war. Also wenn wir sowas hören wie Secret Invasion und da sind Skriles, die sich nun als jeden tarn können, dann denken wir ja gleich, Mensch, das kann man ja richtig geil aufbauen und das kann so eine Spionage-Story werden. Und sie haben es ja auch versucht, so ein bisschen in die Richtung zu lenken. Aber du hast halt zu keiner Sekunde die Bedrohungslage irgendwie gefühlt. Du hast zu keiner Sekunde das Gefühl gehabt, dass das irgendwie wertig aussieht. Du hast auch zu keiner Sekunde das Gefühl gehabt, dass das irgendwie eine Relevanz hat. Und bei Loki ist es halt genau das andere. Du rechnest gar nicht mit so vielem, aber du kriegst am Ende so viel, weil du bist natürlich an sich schon mal investiert, weil du Loki... Ich hab in erster Eindruck, glaube ich, mal gerechnet. Ich glaube, es ist irgendwie sein siebter oder achter Auftritt inklusive seiner Serie im MCU. Das heißt, der ist schon so oft gesehen worden und der ist so verbunden auch mit dem Publikum. Und trotzdem kriegen sie es ja auch noch mal hin, ihm neue Facetten zu geben und ihnen so eine Entwicklung zu nehmen oder nehmen zu lassen. Und das fand ich jetzt auch gerade im Hinblick auf seinen Charakterbogen, auf seinen Charakter-Arc, über die zwei Staffeln gesehen, so schlüssig, so homogen. Und das hat mich sehr, sehr gecatcht. Deswegen hatte ich, das war seit Moon Knight die erste Marvel-Serie, auf die ich wieder richtig Lust hatte. Und bei Moon Knight war ich nur investiert, da bin ich ja ehrlich, weil ich ja ein Oscar-Isaac-Ultra bin. Das ist ja mein Fable. Ich finde Oscar-Isaac so toll, dass ich dachte, Mensch, Moon Knight kann ja nicht scheitern, wenn er dabei ist. Gescheitert ist es zwar nicht, aber es hat mich am Ende dann doch sehr kalt gelassen. Das formuliere ich mal ganz diplomatisch. Aber ansonsten, das hat Loki halt nicht. Und das hat er trotz der von Marco angedeuteten kleinen Hängerchen, da müsste ich gerade jetzt auch die fünfte Episode so ein bisschen in den Blickpunkt nehmen, hat die für mich eine konstant hohe Qualität gehalten. Wenn man jetzt im Nachhinein mal so in die Retrospektive schaut, wo ist das Ganze mal angefangen und wo sind wir vor allen Dingen mal zwischendurch abgebogen, finde ich schon, dass so ein paar Umwege nicht ganz so, oder haben nicht so viel eingelöst. Ich nehme jetzt mal das Beispiel der Figur Brad. Eine Figur, die sich ja die Freiheit genommen hat, mal zu gucken, was ist denn eigentlich in meinem Zeitstrahl passiert und gesagt hat, nö, da bleibe ich. Ich möchte nicht wieder zur TVA. Und ich finde, gerade mit der Figur haben sie dann am Ende zu wenig gemacht, weil das eine schöne Möglichkeit gewesen wäre zu zeigen, das sind die Möglichkeiten, die man hat, wenn man bei der TVA ist und das sind aber die Möglichkeiten, auf die ihr verzichtet. Und sie machen es ja mit Mobius so ähnlich. Der kriegt ja auch diese Andeutung und wird mal gefragt, bist du eigentlich wahnsinnig, dass du nicht mal gucken willst, was in deinem alternativen Leben hätte passieren können. Und wir spoilern hier natürlich heftig heute. Das heißt, wer Loki noch gar nicht gesehen hat, der hat sowieso wahrscheinlich noch nicht bei uns reingehört und sollte auch bei uns nicht reinhören. Bei Mobius machen sie es ja am Ende so, dass er mal ein Glimmes bekommt von dem, was denn eigentlich anliegt und ja auch sieht so, und wir wissen dann ja auch irgendwann mal, ach, daher kommt dieses Fail für Jet Skis, was natürlich ein ganz guter Gag ist, muss man ehrlicherweise sagen. Da habe ich mich auch wirklich gefragt, also das musst du mir nochmal erklären, vielleicht habe ich das auch nicht verhaftet, aber dieses Jet Ski-Ding, das ist ja wohl schon in Staffel 1 ein Thema, richtig? So, und keiner weiß so genau, wo es herkommt. Er selber kann sich auch nicht mehr daran erinnern, richtig? Richtig. Und er hat es aber irgendwie Blut und irgendein Faible für Jet Ski, wo, wie gesagt, kann er nicht erklären, wo der herkommt. Und dann ist diese Welt mit diesem Jet Ski, wo er ja dann aber trotzdem auch noch irgendwie als alleinerziehender Vater existiert. Da ist er Jet Ski-Verkäufer. Zu welchem Zeitpunkt ist er denn bitte aus dieser Welt genommen worden? Das ist eine sehr gute Frage, die ich gerne, weil ich sie nicht beantworten kann, an Marco weiterreiche. Ich weiß das nicht. Das ist eine Frage von einem Freund. Ich fürchte, dass es wie bei so vielem fragt lieber nicht zu sehr an diesen Zeitkontinuitäten. Das ist glaube ich immer so. Als sie ja in seine Welt springen, sagen sie ja glaube ich 2022. Ich meine gut, dadurch, dass es ja zeitunabhängig ist, kann er ja überall rausgezogen worden sein. Also es kann ja auch 2022 gewesen sein. Und das hat ja Loki dann im Prinzip ja auch gemacht. Er hat ihn ja dann auch quasi dann da wieder rausgenommen. Und ja, also das wird halt in der ersten Staffel, er hat halt immer so eine Zeitung, wo halt Jet Skis drin sind. Deswegen wird das halt immer so ein bisschen impliziert, dass er da irgendwie ein Faible für hat. Obwohl ich ihn, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte es eigentlich gerne gesehen, wenn man ihn wirklich mal so irgendwo auf dem Wasser, wirklich auf dem Jet Ski gesehen hätte. Aber das haben sie ja dann doch nicht gemacht. Ja, es war alles so angedeutet, ne? In dieser Szene, wo er sich so ein bisschen reinträumt. Aber ich stelle dir das mal vor, so ein Baywatch-Setting. Gerne auch so leicht so mit flacken, offenem Hemd irgendwie so. Das hätte ich mir geben können doch. Und Owen Wilson mit seiner sonst üblichen leichten Matte, das hätte man dann ja auch so mit kaumlierten Hand machen können. Aber da erzählt mir mal, ich höre immer dieses Gerücht über Owen Wilson, das ich auch gern verbreite, dass der Dude, der ist ja super cool, der hat unfassbar viele Sachen gemacht und so. Und per se mag ich auch das, was ich von ihm als Schauspieler kenne. Sein Privatleben kann ich gerade überhaupt nicht einschätzen. Aber ich habe so ein Gerücht gehört über den, der ist halt eigentlich schon mega verstrahlt und dauerhaft auf Drogen. Gerade zu Kokain ist wohl ein Thema. Und wenn man den im Interview fragt, hier kannst du dich noch an diesen Film erinnern von vor drei, vier, zehn Jahren, wo du den und des gespielt hast mit der und der Szene. Nee, kann er nicht. Hat er sich nämlich alles weggeguckt. Und das ist so ein Gerücht, das ich gehört habe, dass der, es wäre wohl auch so ein offenes Geheimnis. Habt ihr davon auch gehört? Oder habe ich gerade ein nicht bestätigtes Gerücht wiederholt? Also ich habe davon tatsächlich auch nicht. Aber es würde, also ich glaube Cannabis-Konsum würde ich da eher verantwortlich für machen, weil dadurch wirkt der halt auch so, der ist ja auch in diesem Fred-Pack damals gewesen mit Will Ferrell und Ben Stiller und so weiter. Aus dieser Runde kommt er ja. Und er hat ja glaube ich auch mal, ich bin mir nicht ganz sicher, also da bin ich, hat er nicht mal einen Suizidversuch in den Nullerjahren hinter sich gehabt? Ja, da war was. Und das ist ja so ein bisschen auch das Komiker-Ding oder Comedy-Ding. Die Komiker sind ja dann manchmal doch die traurigsten Persönlichkeiten und die am meisten leiden, siehe jetzt auch vor kurzem den viel zu frühen Tod von Matthew Perry. Jetzt sind wir sehr, sehr ernst und sehr, sehr weit weg vom MCU. Aber 2010 war das. Ja, genau. Und da bin ich mir nicht sicher. Also es kann durchaus sein, dass der sich das Hirn weggekogst oder weggekifft hat, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich will auch keine Gerüchte streuen. Aber ich kann mir einerseits vorstellen, dadurch, dass das ja so ein Job ist, wo du irgendwie manchmal so Zeiten hast, indem du von einem Set zum anderen Set tingelst und dann vielleicht irgendwelche Sachen zu dir nimmst, dass du wirklich Sachen vergisst, an die du dich nicht erinnern kannst. Also ich habe jetzt einfach nur mal Owen Wilson und Drogen auf einer großen Suchmaschine mit G eingegeben und auf Gala.de. Jahu! Gala.de geht nur auf den Suizidversuch ein, aber Stern.de in der Zusammenfassung spricht von einer Entzugsklinik Heroin. Heroin ist hart. Das ist ja die Droge, bei der man auch dann wirklich schnellstmöglich die Reißleise ziehen müsste. Liebes Publikum vom Tele-Stammtisch, wenn ihr da mehr wisst, dann gern ab in die Kommentare damit. Gern auf Social Media. Und natürlich Finger von Drogen, ganz wichtig. Und absolut auch das, ja. So, wir kriegen jetzt den Bogen zurück zur TVA, zu Owen Wilsons Charakter Mobius. Ich versuche es mal über eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wir haben ja im ersten Eindruck auch ein bisschen über K.U. Kwan gesprochen, den wir nun alle aus Everything, Everywhere, All at Once spätestens kennen und natürlich als Short-Round beim zweiten Indie. Ich habe jetzt mal die steile These in den Raum gestellt, und ich fand ihn tatsächlich am Ende des Ganzen, nach sechs Folgen, muss ich sagen, fand ich ein bisschen verheißt. Wie sieht es da bei euch aus, Marco? Teilst du meine Einschätzung? Ja, gut. Ich hätte jetzt auch gedacht, so nach den ersten vier oder ersten zwei, drei Folgen, dass sie mehr, noch mehr mit ihm machen. Also ich fand ihn als Charakter, fand ich ihn mega. Also war für mich einer der Highlights in dieser zweiten Staffel neben Loki. Also ich finde sowieso, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde sowieso, dass diese zweite Staffel sich noch mehr, klar, Silvi war auch ein Part davon, aber noch mehr auf Loki an sich konzentriert hat und die anderen quasi bei Werke war. Klar, die haben auch größere Rollen bekommen. Also Hunter B-15 zum Beispiel hat ja eine größere Rolle, oder ein bisschen mehr Erscheinungen bekommen. Aber ich fand es schon, dass es noch mehr die Loki-Show quasi war, als es noch vielleicht sogar in der ersten Staffel so war. Ja, gehe ich total mit. Also so war es mein Gefühl. Gehe ich total mit. Und dann hätte ich noch eine Frage, die sich, sonst vergesse ich nämlich. In der fünften Folge wird ja so ein bisschen dieser Freundschaftsklicken-Aspekt auf einmal so reingebracht. Fandst du den dann auch so, wie ich, ein bisschen zu too much und aufgesetzt? Also ich fand ihn halt einfach letzten Endes gar nicht ausgespielt, weil sie halt, weil Loki ja irgendwie alle aus ihren Zeitlinien holt, versammelt die dort. Und es passiert ja im Prinzip nichts. Also das Gerät verschwindet und dann lösen sie sich ja schon auf und das war's. Also irgendwie hab ich mir dann auch gedacht, ja, was sollte mir das jetzt sagen? Ja, okay, Casey war halt irgendein Alcatraz-Insasse, Hunter war eine Krankenschwester, Silvi arbeitet bei McDonalds und so weiter. Aber auch das, ne? Also es sollte dir wahrscheinlich einfach Varianten und Optionen und Denkweisen übers Multiverse eröffnen. Aber ob das wirklich die Leben waren, die diese Figuren geführt haben oder hätten, wenn sie nicht in der TVA oder das irgendeine, also es waren definitiv Varianten davon, aber ob das jetzt das ist, was diese Personen täten, wenn sie eben jetzt nicht in der TVA gelandet wären, ist mir so deutlich nicht geworden. Und ich meine, es hat auch so konkret nicht gesagt worden. Aber ich stimme euch schon zu, ne? Also das Freundschaftsding wirklich, also kann man, es ist einfach liegen gelassen worden, effektiv. Und der hat ja irgendwie zusammenbringen wollen, ich schätze mal, aus so Aura-Gründen. Ja, weil alle müssen in einem Raum sein, damit vielleicht irgendwas passiert. Ich hätte vermutet, dass wenn all diese Personen, die beim Untergang des Zeitstrahls dabei waren, wenn die wieder in einem Raum sind und auf eine Bat rücken, dann kommt da was. Ja. Ja? Ja, das hat ja Obi gesagt, die müssen alle in einem Raum sein, um ihre temporäre Aura zu vereinen, um dann halt irgendwie das Loki halt ... Hat der Obi sich wohl geirrt, ne? Ja. Also weil er war ja wohl so nicht so scheinbar. Na ja gut, er hat ja auch oft seine Meinung geändert, wenn jemand anders was anderes zu ihm gesagt hat. Ja, okay, dann machen wir es halt so. Aber ich fand, um nochmal auf Timos Frage zurückzukommen, ich fand klar, gegen Ende schon Keiho Kwang schon ein bisschen ... Also er war dann halt nur noch da. Also ich dachte wirklich, dass man seine Rolle ein bisschen größer macht, gerade so nach dem Aufeinandertreffen mit Victor Timely. Ich dachte, da macht man das irgendwie ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, für mich war er trotzdem ein Highlight in dieser zweiten Staffel. Ja, absolut. Ich muss sagen, der hat spätestens seit Everything Everywhere totales Stein bei mir im Brett. Und ich fand seine jeweiligen Dankesreden bei seinen Award-Verleihungen immer so ergreifend, dass ich dem wirklich nichts Böses kann und nichts will. Ich finde gar nicht, dass der so ganz, ganz sauber, akkurat irgendwie schauspielt da in dieser Loki-Serie. Sondern er ist irgendwie so gefühlt nur eine Variante von seinem Charakter in Everything Everywhere All At Once. Deswegen hat man ihn wahrscheinlich auch gecastet. Aber so insgesamt fand ich das dann schade, weil sie mit ihm doch ... Klar, sie machen im Endeffekt ein bisschen was mehr mit ihm als mit den anderen aus dieser Clique, als er dann in einer Variante als Science-Fiction-Autor dann zu finden ist. Und er dann so ein paar Sachen doch wieder mit Loki bespricht und da auch ein paar Sinnfragen bespricht und auch abklärt. Aber so insgesamt fand ich es ein bisschen schade, dass sie ihn nicht noch ein bisschen mehr in den Fokus genommen haben. Denn du hast vollkommen recht, Marco. Ich sehe es auch so, für mich ist Loki Staffel 2 eine One-Man-Show, worunter dann auch echt, wie ich finde, Sylvie leidet. Denn die ist nach meiner Einschätzung hier komplett sidelined geworden. Also die ist natürlich immer wieder wichtig, weil sie nun mal He Who Remains getötet hat und dadurch ja das Ganze erst, was in Staffel 2 passiert, in den Gang gesetzt hat. Aber so richtig viel mehr machen sie mit ihr ja gar nicht, außer dass sie einmal so quasi überreudet und überzeugt werden muss, dass sie wieder mit von der Partie sein muss und nicht bei Spoiler und Product Placement Alarm, nicht weil dabei Meckis ihre Schichten macht. War das bei dir, Andi, auch so ein Gefühl? Ja, auf jeden Fall. Sie wird komplett zur Seite geschoben. Und das finde ich vor allem deshalb so speziell, weil andere Figuren werden ja im gleichen Rahmen beiseite geschoben. Aber sie hat halt in der ersten Staffel diese quasi gleichberechtigt große Rolle mit Tom Hiddleston gehabt. Und dann da ja quasi auch so eine Art Freundschaft, vielleicht Liebe entstanden ist. Doch, das passt ja auch zu Loki, Loki, dass er sich in eine Variante von sich selbst verliebt hat. Das war ja nur noch das Morant. Genau, das ist das einzige, exakt, genau, das einzige Figur letztlich, an der er selbst ist quasi. Und dann ist sie im zweiten Teil so ein bisschen halt beiseite. Und gerade das fand, dass man das so hat liegen lassen, ist schon sehr schade, weil tendenziell bin ich immer auch sehr anfällig für Love-Interest-Geschichten, wenn die halbwegs gut gemacht sind. Ich finde, das vervollständig für mich immer noch so ein bisschen die Charaktertiefe und vor allem oftmals dann auch die Motivation von Figuren. Und das hätte hier durchaus irgendwie funktionieren können. Ist aber komplett, also ist doch fallen gelassen worden. Ja, okay, man guckt sich ein bisschen verstohlen an und so, aber dass da noch mal irgendwort in der Richtung gewechselt wurde, fand ich, war ein herber Verlust, der beispielsweise auch ersetzend hätte für dieses Freundschaftsding wirken dürfen. Und ich muss sagen, ich dachte dann wirklich, dass sie in Folge 6 den einfachen, aber dann sehr naheliegenden Ausweg nehmen, als nämlich immer wieder klar wird, dass so dieses, ich meine, die sechste Folge ist ja, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, ist ja so ein bisschen wie Edge of Tomorrow, also hier Live, Die and Repeat mit Tom Cruise und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also das ist ja total witzig gemacht und am Ende ist man aber schon so drin und denkt so, okay, was passiert jetzt? Und ich hatte wirklich gedacht, jetzt läuft es darauf hinaus, dass Loki verstehen muss, dass er, wenn er Sylvie nicht tötet, dass er dann das Ganze nicht aufhalten kann. Und dass sie diesen Weg nicht genommen haben, fand ich einerseits ganz kreativ und andererseits so von der Emotionalität her haben sie da ein bisschen was wieder weggenommen, finde ich. Wie war es bei dir, Marco? Ja, also ich habe eigentlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, damit gerechnet, also, dass das passiert. Also, ich hatte zwei Varianten im Kopf, entweder, dass er halt Sylvie halt dann tötet, um das Ganze halt aufzuhalten oder halt, dass er sich opfert und ja, in Anführungszeichen macht er das ja auch am Ende der Folge, wenn man es so will. und ja, ich fand das von ihrer Figur her auch schade, weil ich hatte ja sogar in der ersten Staffel so ein bisschen damit geliebäugelt, dass sie vielleicht einfach so, also das hätte ich halt richtig krass gefunden, wenn sie einfach so einen Turn machen und quasi Tom Hiddleston rausnehmen und Sylvie quasi als Loki-Variante in der Serie rumlaufen lassen, aber das haben sie ja dann leider doch nicht gemacht. Also, deswegen, also, obwohl ich sagen muss, also wie gesagt, Tom Hiddleston spielt das ja auch mega, also, der hat hier richtig nochmal was dazu gemacht und wenn man hier überlegt, der ist ja jetzt auch schon seit, was haben wir jetzt, 2023, seit 13 Jahren im MCU, seit, seit dem ersten Avengers, ja, vorher schon, nee, Thor schon, stimmt, ja, und, also, es ist ja eigentlich einer der letzten Urgesteine fast, wenn man so will, ne, so, neben Thor. Ja, er ist der Marco Reus des MCU sozusagen. hat noch ein Jahr Vertrag, er hat noch lange Vertrag und war nie woanders und, naja, gut, das andere hat ja, Marco, äh, hat ja, ähm, Andi erzählt, The Night Manager, Kong, Skull Island, aber ansonsten merkt man so, dass was funktioniert bei ihm ist, halt nach wie vor sehr, sehr gut die Figur Loki, die ja dann, wie ich schon mal sagte, schon nochmal so ein, zwei Facetten mehr bekommt in dieser Serie und das fand ich sehr, sehr cool. Ich sag das mal Chris Evans. Ja, gut, der hat momentan einfach keinen guten Track Record, ich hab jetzt vor kurzem Painkillers mit ihm, äh, Pain Hustlers, ich hab schon wieder falsch gesagt, äh, Pain Hustlers mit ihm gesehen, der ist ja auch. Doch, der war doch hier im Dings drin, in diesem, ähm, oder vor allem ersten oder zweiten, Glass Onion, was war der zweite? Im ersten Lifestyle war der, der war ganz gut, aber danach ist irgendwie, ich weiß nicht, also The Grayman war okay, fand ich zumindest, aber, dieser Ghosted von Apple, der war, mhm, und, äh, zuletzt jetzt, wie gesagt, Pain Hustlers ist, ist okay, aber ist irgendwie, wenn man The Wolf of Wall Street ohne Biss machen will und gleichzeitig sich so als moralisch integer präsentieren möchte als Film. Vielleicht ein bisschen schade. Was ich, da, 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 da warte mal ab, bis im Dezember, äh, der, der Weihnachtsfilm mit Dwayne Johnson auf Amazon kommt. Ja, auf den bin ich einerseits gespannt und ist da nicht noch was mehr in der Pipeline, ähm, bei einem anderen Streaming Service, ist da nicht auch wieder so ein, ist das nicht eine Apple TV Plus Geschichte, wo er irgendwie mit Anna, das mit Anna, nee, das war ja schon dieses Ghosted, ne? Ja. Das war Ghosted, ja. Mittlerweile verschwimmt das bei Chris Evans bei mir. Ja, der hat, glaub ich, auf Apple schon, schon eine Serie gehabt. Das kann auch sein. auf Apple TV Plus. Übrigens, kleiner Funfact, ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, die Bösewichtin aus The Marvels ist die Partnerin von Tom Hiddleston. Das passt, also, ja. Uh. Also, wusste ich auch. Ich hab's ja schon in der Besprechung von The Marvels gesagt, es wird nicht besser dadurch, wenn man seine bösen Sachen, die keinerlei Bedeutung haben, mit einem britischen Akzent sagt, aber es schon, klingt schon natürlich geil, muss man sagen. Klingt was. Ach, die beiden sind jetzt, also, Tom Hiddleston ist ja auch so was, wir sind wieder vom Thema ab, aber es ist ja auch schon mal jemand, der mit Taylor Swift angebundelt hat. Ich weiß nicht, war da auch mal was mit Brie Larson beim Kong-Set? Weiß man da was? Das wäre doch auch schon Loki und Miss und Captain Marvel. Aber jetzt ist er mit, wie heißt's, Zabe Ashton, die Darbin gespielt hat in The Marvels, ist er zusammen. Ja, genau. Ist da ein schön hübsches Pärchen, also hab ich mal gegoogelt, es gibt so ein paar schöne Pärchenfotos, die sind ja auch ganz gut aus. Was ich, also ich muss sagen, ich fand's wirklich schade, dass so Sylvie so sideline wird, wäre auch so ein bisschen, also, ich finde den, und das finde ich spannend, weil das natürlich auch noch diesen Aspekt hat, dass wir in der Realität diese Jonathan Majors Nummer haben und da, glaube ich, ja im Dezember jetzt der Prozess beginnen soll. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich fand's einerseits ganz, ganz interessant zu sehen, dass sie nach wie vor versuchen, ihn als den großen, neuen Big Bär zu integrieren und gleichzeitig hat er dann als Variante Victor Timely irgendwie so ein, doch schon so Sympathien auf seiner Seite. Weiß nicht, ich fang mal mit Andi an, wie fandst du jetzt insgesamt die Darstellung von Jonathan Majors einerseits als Victor Timely und andererseits auch wieder als He Who Remains? Und wir lassen, wie gesagt, den ganzen Privatkram mal raus. Also das ist nicht unser Thema. Der ganze Privatkram, ja. Zu dem man, auch zu dem Zeitpunkt, es war ja überhaupt die generelle Frage, würde er, würde er in der Serie verbleiben, wie geht es, wird es funktionieren und so. Aber es war einfach alles abgedreht, als die Scheiße am Dampf und war da was zu spät einfach, um noch großartig was in der Richtung zu ändern. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der finale Ausgang der letzten Folge nicht vielleicht noch eine angepasste Form ist von dem, was ursprünglich angedacht war. Aber gut. Was denke ich? Also The One Who Remains, das ist, denke ich, immer dasselbe. Er hat ja dann in der letzten Folge, die letzte Folge, ja, die ist es, dieses finale Gespräch mit Loki, wo keiner so genau weiß, ob das jetzt wirklich das finale Gespräch ist oder nicht. Er leitet aus dem Gespräch ab, dass es wahrscheinlich nicht das erste Mal ist, dass sie dieses Gespräch haben. Ich glaube schon. Loki hat nur schon ein bisschen weiter antizipiert zu dem Zeitpunkt. Und ich fand das grundsätzlich schon in Ordnung. Es war schauspielerisch halt, glaube ich, exakt dasselbe, was wir auch in der ersten Staffel gesehen haben. Da sehe ich jetzt keinerlei Variation oder Entwicklung von Majors. Ich finde es per se ganz gut, dass er hier mit diesem Timely auch mal die Möglichkeit hatte, eine andere Variation von diesem Kang, nennen wir ihn mal, zu spielen. Ich weiß nicht, ob Timely selbst in den Comics großartig mal vorgekommen ist. Das kann ich jetzt zu der Zeit nicht sagen. Fand das aber interessant, weil da ja so ein bisschen auch mit diesem TVA-Handbuch, diese Self-Fulfilling-Prophecy-Geschichte letztlich kommt, wie ja quasi dieser Henne-Ei-Problem letztlich da so ein bisschen da ist und er in der finalen Auflösung ja jetzt vielleicht auch das Buch wohl doch nie gekriegt hat und so. Muss man mal gucken, was sie damit noch anstellen. Aber kurzum, ich fand ihn als Timely auf jeden Fall interessant. Es ist vor allem interessant, dass, als sie den aufgreifen bei dieser Weltausstellung, wo er seine Zeit, seinen Webstuhl erstmalig präsentiert in dieser Miniaturform, ist er ja eigentlich ein Schlawiner. Also so einer, der halt wirklich Leute verarscht, den Geld aus der Tasche zieht mit irgendwelchen schlauen Sachen und sich aus der Bredouille zieht und abhaut und irgendwas anderes dann macht und das geht ja so ein bisschen unter. Also er ist ja eigentlich spätestens ab dem Zeitpunkt, wo Klaas, okay, ja dann doch TVA, oh scheiße, ich bin in der TVA und okay, ihr habt doch recht. Ab dem Zeitpunkt ist er ja ziemlich drin in der ganzen Thematik und will sich hier auch nicht mehr irgendwo rausziehen. Ich erkenne nicht, dass er hier sich wieder irgendeine Art von Vorteil verschaffen möchte zu dem Zeitpunkt. Das ist schade einfach, weil das vielleicht hätte, zumindest hier und da, hätte nochmal irgendwo eine Rolle spielen können. Ja und insofern von mir, also von meiner Seite aus ist Mages Performance hier nichts, was ich kritisieren würde. Deine Gedanken, Marco? Ja, ich glaube, Aurea, das ist ja auch immer so ein Film-Bubble-Problem, weil wir ja uns damit beschäftigen. Ich glaube, wenn jetzt wirklich nur einer sich die Serie anguckt oder die Filme anguckt, der weiß oder interessiert das auch gar nicht, was der Mann jetzt privat für Querelen hat. Die gucken einfach die Filme und wir beschäftigen uns ja nochmal ein bisschen mehr mit dem Drumherum. Deswegen kann ich das eigentlich auch relativ gut trennen, sage ich jetzt mal. Ich finde auch, dass er als Victor Timely nochmal eine andere Facette hat. Er hat ja auch in Ant-Man 3 hat er ja nochmal anders gespielt wie auch jenen, der bleibt. Oder auch in der Post-Credits-Szene noch von Ant-Man 3, Quantumania, hat er ja nochmal drei verschiedene Varianten gespielt. Also ich glaube schon, dass er recht wandelbar ist, was seine Charakterdarstellung angeht. Also ich glaube schon, dass Marvel da mit ihm an sich einen guten Darsteller für das Ganze, für diesen Kang im Gesamten ja engagiert haben. Gut, dass jetzt natürlich das Drumherum dazukommt. Ja, okay, das müssen wir sehen, was jetzt draus wird. Man hört ja schon irgendwie Gerüchte, dass sie es abändern wollen mit Dr. Doom oder so. Keine Ahnung. Mal gucken, ob das so kommt. Aber ich kann über Johnson Magens hier gar nichts sagen. Also ich finde seine Performance top. Auch interessant als Victor Timely. Obwohl ich die ganze Zeit immer noch gedacht habe, dass er sie irgendwie verarscht oder so, dass er irgendwie einfach nur spielt, dass er dieser, dieser, keine Ahnung, verrückte Betrüger ist und dann so am Ende dann doch kommt, haha, ich bin dann doch der Kang und so. Aber naja, das haben sie ja dann auch nicht. Ja, was ich ganz spannend finde in dem Aspekt ist, dass er in dieser Endszene der zweiten Staffel, er ja auch ihn einmal nachäfft. Also da ist He Who Remains und er macht einmal einen auf Victor Timely für ein paar Sätze. Und da dachte ich dann schon, okay, wieso macht er eine seiner Varianten so perfekt und so gut nach, weil das ist ja nun doch irgendwie, sind die ja doch irgendwie unabhängiger voneinander, war zumindest mein Eindruck. Und ich war auch mal so auf dem, auf dem vorsichtigen Trittbrett, vielleicht liegt das auch an meiner Affinität zu Heel-Turns bei solchen Sachen. Ich dachte irgendwann auch, er packt jetzt aus, dass er gar nicht so dieser schüchterne, splinige Wissenschaftler und eigentlich so dieser Tun-ich-gut ist, sondern dass er wirklich was Böses im Schilde führt. Aber das ist nie gekommen, fand ich ganz angenehm. Ich persönlich sehe es ein bisschen anders als du, Marco. Ich glaube gerade diese privaten Geschichten in unserer heutigen Zeit, wo häusliche Gewalt, wo Gewalt gegen Frauen ein sehr problematisches Thema ist und sehr, sehr häufig in den Medien doch sehr, sehr präsent ist, glaube ich schon, dass das gerade auf das Autonormalpublikum, dass genau das ankommt. Ich meine, kein halbes Jahr ist es her, dass The Flash in unsere Kinos kam und ja, mindestens einer der Gründe, warum der so furchtbar gebombt ist am Box-Office, ist ja nun einfach, dass mit der Person Ezra Miller jemand dabei war, der in der Promo einfach versteckt wurde, weil er diverse gewalttätige Sachen gegenüber Fans und Frauen und auch Minderjährigen getan hat und man einfach nicht wusste, was machen wir denn jetzt, der Film ist so zentriert um Ezra Miller, um die Person, wie vermarkten wir den jetzt und da hat man natürlich sich andere Schwerpunkte gesetzt und ich sehe es bei Jonathan Majors und bei Kang sehe ich das Problem gar nicht so groß, weil ich glaube, du kriegst, also ich glaube nicht an die Variante, dass Dr. Doom quasi ihn ersetzt als neuen großen Bösewicht, sondern ich glaube, du kriegst das durch eine Umbesetzung notfalls noch hin, je nachdem, ich habe vor der, oder nach der Miss Marvel, ich sage mal Miss Marvel, nach der The Marvels PV, habe ich mit den Kollegen gesprochen und ich habe ganz klar gesagt, auch dass Amerika, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber ich kann mich noch so an Tiger Woods erinnern, der damals auch mit Drogeneskapaden und Frauengeschichten quasi seinen Ruf ruinierte und einmal sich bei der PK hinsetzt und sagte, I'm deeply sorry für diese ganzen Schmerzen, die ich verursacht habe und dann hat ihm quasi das Land unisono vergeben. Ich glaube schon, dass wir in einer anderen Zeit leben, dass also dieses, ich sage Entschuldigung, dann ist es vergessen, da sind wir glaube ich nicht mehr so schnell dabei, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn sich jetzt im Prozess irgendwas rausstellt, was vielleicht eine abgemilderte Variante von dem ist, was wir bisher wissen, dass es eine Zukunft für ihn geben kann und wenn nicht, wird er glaube ich wirklich einfach unbesetzt, dann werden wir halt einen anderen Schauspieler als Kang dort sehen, denn ich glaube, dass sie eine andere Figur benutzen, wenn wir das Ding der Kang-Saga oder wie heißt jetzt Phase 5, wie heißt der fünfte Avengers, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, Kang Dynasty, ich glaube, das kriegst du nicht mehr umgemodelt und umgeschrieben, ich glaube zumindest, dass das schwierig wird. Ich sage doch, lieber Timo, ich sage doch, das kriegen wir noch hin und zwar aus folgendem Grund, ich glaube, wenn wir uns die letzten Filme angucken und die waren ja voll mit Multiverse-Geschichten und die waren voll von Fankritik, dass die das Multiverse-Ding schneller als uns liebes einfach fallen lassen. Die werden jetzt noch irgendwie mit Ach und Krach die X-Men reinholen und dann werden die das ganze Multiverse-Ding einfach liegen lassen. Das wird überhaupt keine Notwendigkeit geben, vielleicht siehst du es nochmal bei Deadpool, weil es nur passt, aber ansonsten wirst du noch Zeitreisen sehen und ich glaube, Multiversum, das werden dir das Konzept, hat sich leider, weil es auch schlecht und inkohärent genutzt wurde, darauf können wir gerne noch mal zu sprechen kommen, da habe ich hier ein paar Stichpunkte, einfach weil es nicht funktioniert hat, weder beim Massenpublikum, was das Geld einspielt, noch bei den Fans, die halt die Hardcore-Fanbase darstellen. Die werden das ganz schnell liegen lassen und die werden ja früher als später auf andere Sachen ausgehen. Das könnte zum einen sein, dass sie doch nochmal richtig dieses Secret Wars-Ding machen, also hier quasi was Secret Invasion hätte sein können mit ausgetauschten Leuten oder aber, dass sie über die X-Men große Storys ausbauen, dass sie die Avengers vielleicht auch mal ein bisschen ruhen lassen und tatsächlich eher X-Men-Teams in den Mittelpunkt stellen. All das kann ich mir inzwischen eher vorstellen, als dass wir nochmal großartig irgendwas zum Multiversum sehen werden. Und da einfach den Kang nicht mehr zu benutzen, das wäre halt einfach nur ein weiterer Bösewicht im MCU, der halt keine Verwendung mehr findet. Ja, ich muss auch sagen, ich sehe halt auch in den nächsten Jahren nicht so viele Filme, wo das Multiversum großartig eine Rolle spielen soll. Also wenn man jetzt, okay, Deadpool 3, nehme ich da jetzt vielleicht mal raus, da gibt es ja schon Gerüchte, dass da eventuell die TWA auch eine Rolle spielt und sowas, aber wenn man dann halt mal so guckt, wir haben Captain America, da kann ich mir keinen Multiversum-Story irgendwie vorstellen, Thunderbolts nicht, Fantastic Four lauert irgendwo in der Ferne, Blade, also wenn das alles irgendwie in alternativen Realitäten spielen soll im MCU, also weiß ich nicht, verstehe ich nicht, also dann macht das Multiversum eigentlich so viel, finde ich nicht viel Sinn. Also Deadpool 3 ist für mich wirklich der einzigste, wo man sagt, okay, damit kann man spielen, da hast du auch den Charakter, der dazu passt, das hat man ja nur schon gesehen und bei allen anderen Filmen, da will ich ja jetzt nicht irgendwie nur Varianten sehen oder halt dieses Multiverse-Doctor-Strains-2-Ding, dass sie einfach mal kurz in einer anderen Welt sind und wir sehen dann halt John Krasinski als Mr. Fantastic oder so, also das weiß ich nicht, also das würde ja für mich auch ehrlicherweise keinen Sinn ergeben, also ich glaube, der Andi hat da schon wirklich recht, das wird, glaube ich, die werden das irgendwie einstampfen, man hört ja jetzt schon wieder auch Gerüchte, dass sie irgendwie den alten Cast nochmal zurückbringen wollen und nochmal einen Film machen wollen, wo ich auch glaube, dass sie sich damit nur selber schaden. Glaube ich auch, ja. Weil letzten Endes, ich glaube schon, würde man da nochmal so einen Peak erreichen, also das wird mit Sicherheit ein Film werden, den nochmal jeder gucken will, aber danach wird es trotzdem wieder steil bergab gehen und ich glaube, sie müssen halt einfach entweder mal, wie es Andi schon gesagt hat, mal einfach mal zwei Jahre, drei Jahre Pause machen, sich komplett mal erholen und vielleicht auch irgendwie wieder bei Null anfangen oder halt auch ein bisschen so eigenständige Filme oder so, keine Ahnung, also nicht alles so verbunden miteinander, vielleicht auch ein bisschen rougher, das will man jetzt anscheinend in den Serien machen, also wenn ich mir den Echo-Trailer angucke, das geht dann schon wieder so ein bisschen in die Netflix-Dare-Devil-Richtung, was mir auch sehr viel Spaß macht. Ja, es ist ja auch auf jeden Fall TVMA, also das ist drüben dann für nur Mature-Leute, sprich, genau, das ist dann also nur für Erwachsene. Der Schritt ist auf jeden Fall interessant, Blade soll ja auch ein R-Rating bekommen dürfen, so hat man munkelt. Ja, und Daredevil wollen sie ja auch mit den ehemaligen Machen von Marvels Punisher jetzt fortführen. Und da haben sie ja einmal komplett die Reißleine getogen, also man merkt ja auch so ein bisschen, dass bei Marvel der Panikknopf so ein bisschen gedrückt wurde, also ich glaube, korrigiert mich, wenn ihr das nicht gelesen habt, es ist ja so, dass die Daredevil-Serie zumindest bis zur Hälfte produziert war und fertig war und man komplett gesagt hat, wir machen das nochmal mit neuer Ausrichtung und das ist dann schon ja so ein Moment, wo man als nicht Bubble-Junge oder sagen wir mal so, wenn man jetzt sich mit der Materie nicht so sehr beschäftigt, aber man hört auf einmal, dass so a la Warner ein kompletter Film eingestampft wird, hier wird dann fast eine komplette Serienstaffel nochmal neu gemacht, ist ja schon merkwürdig, oder? Ja, auf jeden Fall, also das hat mich auch sehr gewundert, also wo ich dann auch gehört habe, was sie halt vorhatten, dass sie quasi Daredevil so machen wollten, dass er wie so Matlock-mäßig der Fall der Woche und er ist dann irgendwie im Gerichtssaal, ich meine, das gab es ja in der Netflix-Serie auch so ein bisschen, aber da war das ja nur am Rande so, also ganz ehrlich, also nach meinen Begriffen hätten sie einfach den Cliffhanger von Staffel 3 von der letzten Netflix-Staffel einfach aufgreifen sollen, hätten da eine vierte Staffel machen sollen, das wäre, glaube ich, richtig gut gewesen. Aber Marco, weil wir ja eigentlich gerade bei Kang waren und frage, wie wir den brauchen, also ob das jetzt irgendwie so eine Lösung ist, glaubst du, dass MCU braucht einen großen Bösewicht, auf den es über mehrere Filme hinarbeitet, um ihn dann zu bekämpfen? Eben wie Thanos, weil das halt schon mal funktioniert, oder sind es eher viele kleineste Bösewichte, oder vielleicht sagen wir mal Superhelden, also keine Ahnung, das so bei Thor immer gegen denselben großen Bösewicht und bei Captain America eben denselben großen Bösewicht und so, dass das sowas funktionieren könnte, brauchen wir einen großen Bösewicht und wer könnte das sein, außer vielleicht jetzt Kang, wäre das Doom, verfällt dir noch ein? Das glaube ich nicht, dass man das braucht, ich glaube, wenn man einfach sich auf diese, also das Problem hat man ja eigentlich, also bei DC hat man ja quasi das umgekehrte Problem, weil dann oftmals die Gegenspieler ja interessanter sind wie die Helden, ähm, oder zumindest in den älteren Filmen und bei Marvel hast du halt immer so schwache Bösewichte, also ich glaube, wenn man da wirklich mal, also gut, die Krux war natürlich, man hatte im ersten Avengers Loki, der hat natürlich die Messlatte schon sehr, sehr hochgelegt gehabt, weil den halt alle so abgefeiert haben, da war es halt für jeden, der danach kam, schon schwierig, in dessen Fußstapfen zu treten, aber ich glaube, diese Wiederholung von, von einem Gegenspieler, wie man es jetzt bei Thanos hatte, ich glaube, das würde halt auch nicht mehr funktionieren, weil dann die, die seit 2008 dran sind, sagen, ja gut, das haben wir ja alles irgendwo schon gesehen, halt auf andere Art und Weise, ne, dann, ich bin eh der Meinung, dass man sagen sollte, okay, wir konzentrieren uns eher auf Einzelfilme und machen da den Bösewicht interessant, vor allem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was mich halt ganz, ganz oft stört und das Problem haben wir jetzt auch schon wieder bei The Marvels, dass ganz oft die Probleme ja vom Helden ausgehen, also der Held ist quasi der Verursacher des Problems und dann muss es bekämpft werden, also ich fände es halt auch mal sehr erfrischend, wenn einfach mal ein Problem von außen reinkommt, einfach mal, wo der Held nichts mit zu tun hat, das taucht auf einmal auf und okay, das muss ich jetzt bekämpfen und nicht irgendwie, ich habe eine Welt zerstört und die will sich rächen und deswegen muss ich jetzt die Gegenspielerinnen oder Gegenspieler bekämpfen. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich möchte einmal noch auf die Geschichte mit den Multiversen eingehen. Korrigiert mich, wenn ich es falsch sehe, aber war nicht Phase 4 die Multiversums-Saga und es ist halt nicht in einem Team-Up-Film geendet und jetzt sind wir in der Kang-Saga, sprich, dass dieses Multiversums-Ding ja schon quasi auch mit Phase 4 sich so ein bisschen erledigt hat. Ich glaube nämlich, dass der Fokus jetzt auch, wie ihr das schon richtig gesagt habt, der wird so ein bisschen auf die TVA gehen und das ist ja nun nicht die Multiversums-Variance-Authority, sondern es ist die Time-Variance-Authority. Also ich glaube schon, dass die TVA beispielsweise bei Deadpool 3 eine Riesenrolle spielen könnte und auch, dass Owen Wilson und Mobius da definitiv auf der Bildfläche erscheinen könnte. Übrigens, by the way, finde ich die beiden in Kombination, also Loki und Mobius sind ein richtig gutes, richtig gutes Duo und als Partner-Mentor funktioniert Mobius für Loki ganz gut und dann kehrt sich das jetzt, finde ich, in der zweiten Staffel auch ganz interessant um. Aber ich glaube, also ich sehe es auch wirklich anders. Ich denke, dass man um Kang nicht herumkommt. Ich glaube, man braucht einen großen Bösewicht, der jetzt gar nicht unbedingt im Hintergrund die Fäden zieht. Das hat ja nun Thanos auch irgendwie, sagen wir mal, so mehr schlecht als recht getan. Es gibt ja auch die Frage, warum hat er nun eigentlich im ersten Avengers sich so im Hintergrund verhalten und warum sagt er erst nach dem zweiten, jetzt mache ich es halt selber. Ich glaube schon. I do it myself. Ja, genau. Ich glaube schon und da ist The Marvels halt das perfekte Beispiel, dass ein Bösewicht, den man in einem Film einführt und zwar ihn eigentlich gar nicht einführt, sondern ihn einfach präsentiert. Das hat für mich nicht da nicht funktioniert und es sind sehr, sehr wenige MCU-Bösewichte in Erinnerung geblieben, die mehr als, oder wenn sie nur einen Film bekommen haben, die mich da irgendwie haben erschaudern lassen. Ich finde Killmonger in Black Panther ist noch ein gutes Beispiel. Da hat es gut funktioniert. Da bin ich aber auch, das weiß ich sehr, sehr alleine mit meiner Meinung, weil ich Black Panther ja auch sehr, sehr gelungen finde als MCU-Film, weil er für mich als starker Einzelfilm funktioniert. Naja. Ja. Ich glaube, wo wir nochmal so ein bisschen gucken müssen. Multiversum. Multiversum. Ich finde es ja zum Beispiel ganz spannend, was sie jetzt auch mit Loki machen. Also, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich finde, eine dritte Staffel macht wenig Sinn, sondern es macht jetzt eher Sinn, dadurch, dass er ja auch jetzt in der Lage ist, dass er dieses Timeslipping kontrollieren konnte und dass er jetzt ja, ich meine es, in den neuen Comics ist es so, dass er nicht mehr der Gott des Schabernacks ist, sondern der Gott der Geschichten und nun ist das, ja genau, ich glaube, dass das jetzt hier auch eine Möglichkeit wäre, ihn nochmal ins Spiel zu bringen für nächste Phasen, weil es ist ja schon jetzt so, dass er dadurch, dass er die Zeit beeinflussen kann und auch deutlich beeinflusst hat und auch die Zeitstrahle ja wieder vitalisiert hat, dass wir schon einen sehr, sehr mächtigen, aber gleichzeitig sehr, sehr selbstlosen Loki hier vorgefunden haben. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass man auch dieses Gott des Schabernacks-Ding, also das ist ja, finde ich, nie so richtig genutzt worden. Was heißt das eigentlich, Gott des Schabernacks? Ja, er war irgendwie mal Handlanger von Thanos und er hat irgendwelche, Tauri heißen die Viecher, glaube ich, durch New York gejagt und so, aber was heißt das denn? Er hat, er hatte nicht, hat er nicht irgendwelche Taschenspielertricks gemacht oder lustige Scherze oder so? Das ist ja, finde ich jetzt in den Filmen nie Thema gewesen, sodass der Verbleib von Loki ja letztlich schon eine Frage ist, über die kann man sich Gedanken machen, ist er einfach letztlich der neue The One Who Remains? Und ja, das ist er, zumindest in dieser Zeitlinie, wo für mich auch noch nicht klar ist, ob es da nicht auch trotzdem noch parallel alle anderen Geschichten gibt oder ob er die auch zulässt oder so, das ist mir nicht ganz klar und da kann man ja auch letztlich schon mal so ein bisschen noch diesen Schwenk auf die allerletzte Szene auch machen. Wir sehen ja von dir, du hast es als revitalisiert bezeichnet, diese Zeitsträger, die er alle in den Händen hält, da lag da grüne Energie durch und das ist alles irgendwie ein grünes Ding. Ist ja ein Baum, den wir da gezeigt kriegen. Die Marvel-Fans erkennen den wieder als den Weltenbaum Yggdrasil, der spielt auch schon in den Torfilmen eine große Rolle und das ist insofern mal schön, weil das letztlich auch so einen gewissen Rahmen für die Figur Loki darstellt. Loki selbst ist ja eigentlich ein Findelkind Odins, also ist ja glaube ich eigentlich ein Eisriesenbaby gewesen. War es ein Eisriese? Ich glaube schon. Auch wenn das selten bis gar nicht im MCU, das war mal Thema in irgendeinem Film, aber es wurde nie großartig thematisiert. Er war ja dann letztlich mal Ziehsohn und Bruder von Thor, der inzwischen übrigens, wie wir in der zweiten Staffel gesehen haben, tatsächlich einen dritten Bruder hat, der ist angeteast worden in der zweiten Staffel. Da bin ich gespannt, ob das jemals wieder irgendwo Erwähnung findet. Der ist, also das fand ich halt schön, dass wir diesen Rahmen haben. Yggdrasil, warum Yggdrasil, warum diesen Baum? Weil der Baum in den Thor-Filmen hatte ja ursprünglich eine sehr viel, man möchte schon fast meine simplere Beziehung. Das ist einfach nichts anderes als, also in den Filmen, als eine Verbindung, ein Netzwerk aus neun verschiedenen Welten gewesen. Ja, da war eben Asgard eine Welt, da war unsere Erde eine Welt, da ist auch diese Eisriesenwelt und weitere Welten, die wir auch gesehen haben. Wir haben zum Beispiel mal so eine Lava-Höllenwelt gesehen in irgendeinem Thor, ich glaube im dritten. Im zweiten war das, glaube ich. Wo ich aus diesem Ding rausprügeln muss, aus diesem, ist ja egal, wirklich scheißegal einfach. Es gibt diese Welten, die waren verbunden so und der Baum hatte dann aber irgendwie relativ wenig Relevanz, weil man recht schnell das Gefühl hatte, okay, das sind halt einfach alles irgendwelche Planeten, die irgendwo liegen und man könnte da halt auch mit einem Raumschiff hinfliegen, sodass der Baum vielleicht eher als Sinnbild zu verstehen ist und dieses Sinnbild könnte jetzt hier auch Loki gedient haben, um diesen Zeitstrahlen wieder neues Leben einzuhauchen, diesem Multiversum neues Leben einzuhauchen und damit auch den Webstuhl als er selbst zu ersetzen in Form, als Verbildlichung von diesem Yggdrasil, der halt scheinbar wesentlicher Teil seiner Erziehung auch natürlich gewesen ist, ja, weil dieses ganze mythische Ding, in dem ist er ja aufgewachsen, gerade in den ersten Filmen, Thor und Loki sprechen immer in so Bildern aus ihrer leeren Welt, aus ihrer mythologischen Vergangenheit und so, die sind jetzt immer schon sehr alt gewesen und für die Ewigkeit geschaffen, in der zweiten Staffel wird Loki ja nochmal hunderte Jahre älter und ich glaube, dass das also nicht der Yggdrasil ist, den wir aus den Thor-Filmen kennen, sondern eine Neukreation inspiriert von Yggdrasil. Das jetzt mal da so rumgenerdet, Marco, hast du da noch Ergänzung? Du hast das perfekt erklärt, also ich kann da eigentlich fast nichts hinzufügen, außer halt vielleicht, dass man natürlich dann noch ein bisschen drauf anknüpfen könnte, was dann halt auch am Ende von Endman 3 nochmal in dieser Post-Credit-Szene gesagt wird, dass dadurch, dass Loki jetzt, wie du schon gemeint hast, diesen He-Romains als diese Kang-Variante ersetzt, in Anführungszeichen, wir wissen es ja auch nicht, wie du schon gerade gesagt hast, so hundertprozentig, aber wir müssen ja jetzt zumindest erst mal, was die Serie angeht, davon ausgehen, dass er ihn ersetzt und deswegen seine Varianten drauf aufmerksam werden. Das sagen sie ja schon, wie gesagt, in der Post-Credit-Szene von Endman 3, dass die Avengers irgendwie aufmerksam geworden sind und vielleicht merken sie jetzt, ah okay, da hat jetzt irgendwie jemand anders die Zügel in der Hand und wir müssen mal dagegen vorgehen und wir sehen ja dann diese riesige Arena, wo die ganzen Kang-Varianten auftauchen und ja, das wird auf jeden Fall spannend, auch in der Hinsicht natürlich, dass die TVA, die diesen, ja, Iktrasir, also diesen jetzigen Zeitstrahl, die ja als Baumvariante ja jetzt herrscht, das sehen wir ja auch auf diesem Display, dass die ja jetzt auch anfangen, diese Kang-Varianten quasi auch zu suchen beziehungsweise auch dann zu stutzen. Es wird ja auch nochmal so ganz, ganz kurz von Mobius erwähnen, dass es auf Erde 616 da auch eine Begegnung damit kam, da wird mir auf Ant-Man 3 angespielt und dass sie das halt selber halt gelöst haben dann irgendwie, also es wird auf jeden Fall spannend und wie es da Andi schon gesagt hat, ich glaube in Deadpool 3 wird die TVA eine sehr, sehr große Rolle spielen und da muss ich ja sagen, fände ich auch das Gegenüber, Ryan Reynolds und Owen Wilson glaube ich auch ziemlich cool, also wenn die beiden sich dann gegenüberstehen und sich so die Watt-Gefechte liefern, das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen mit Joe Jackman, der da nochmal zwischendrin nochmal kurz reingrätscht, also das wird glaube ich sehr, sehr lustig und Timo, ich muss dich auch kurz korrigieren, du hast ja vorhin gesagt, Deadpool kommt 25, nee, der kommt nächstes Jahr, das ist der einzigste. Kommt der tatsächlich nächstes Jahr, ich glaube, aber sie haben ihn mal verschoben und haben sie ihn wieder nach vorne gezogen oder wie war es nochmal? Ja, sie hatten erst nach vorne gezogen und jetzt hat er das Startdatum von Captain America 4 und der ist auf 2025 verschoben worden. Also Deadpool 3 ist nächstes Jahr der einzigste MCU-Film, der kommt. Das ist doch vielleicht die Pause, von der ihr schon gesprochen habt, ne? Eine Frage von Timo war ja aber auch gewesen, wie das jetzt eigentlich weitergeht mit Loki, also die Frage kann man ja mal, kann ich auch gerne mal an dich weitergeben, Timo, der, der, der Tom Hiddleston, glaubst du, wir sehen ihn nochmal im MCU? Ich glaube ja, ich glaube, wie gesagt, dass es keine Loki-Staffel geben wird, also ich glaube, Loki als Figur in der Staffel ist fertig, hat einen runden Bogen. Ich hab mir, während du vorhin zu Ytrasil was gesagt hast und auch zu Kang, hab ich mir tatsächlich die Gedanken gemacht, ob man zur Not den Ausweg nehmen könnte und Loki wieder als den großen Bösewicht dort installieren könnte, aber ich finde, rein von dem, was hier mit Loki in Staffel 1 und 2 passiert ist und wie sie seinen Bogen auch gesponnen haben, wäre das sehr, sehr schade, wenn sie das machen müssten oder sich dazu verpflichtet fühlten. Ja, sehe ich auch so. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn ich Loki wieder so als den, ich meine, der war ja am Anfang schon so ein kleines Selfish-Asshole, also der war ja schon immer dieses quasi in Anführungsstrichen Muttersöhnchen, der immer sich quasi, der immer rumgejammert hat, dass er auf den Thron will und dass er immer im Schatten von Thor stand und so weiter und so fort und der hat jetzt einfach durch diese zwei Staffeln Loki gelernt, von einem selbst, bezogenen, zu einem selbstlosen Individuum zu werden und das ist, finde ich, echt ein ziemlich cooler Bogen und so würde ich schon gerne mal sehen, wie es in einem weiteren Wortduell, ich weiß ja, im MCU wird ja auch gerne mit den Fäusten immer das geregelt, aber ich mochte die Wortduelle zwischen ihm und He Who Remains am liebsten, auch wieder in der zweiten Staffel der sechsten Folge. Ich fand, das war ein sehr, sehr schöner Dialog, den die beiden da geführt haben und dementsprechend würde ich mich freuen und ich gehe auch davon aus, dass wir ihn nochmal sehen. Sie werden es wahrscheinlich wie immer machen, sie werden das nicht bestätigen, sie werden viel Geheimnis-Krämerei drum machen, aber ich denke, dass wir ihn nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ich weiß nicht, Marco sieht das wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, das glaube ich auch. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich bis zur sechsten Folge auch gehofft habe, dass eine dritte Staffel kommt, aber wie du schon gesagt hast, Timo, ich sehe da jetzt auch nicht wirklich so den Sinn, jetzt irgendwie eine dritte Staffel zu machen. Man kann ihn ja gerade in diesen zwei Avengers-Filmen, die ja schon angekündigt sind, da kann man ihn ja dann irgendwie bringen in gewissen Momenten. Also man sollte es natürlich ja nicht übertreiben, weil er ja dann so vielleicht als, ja, wir wissen keinen Ausweg, ah, okay, Loki kommt und der regelt das schon, weil der kann ja die Zeit kontrollieren, der hat ja die ganze Zeitstränge in der Hand. Also man sollte es halt auch nicht überstrapazieren. Deswegen finde ich, also auch wenn ich mir, wie gesagt, vor Folge 6 eine dritte Staffel gewünscht hätte, glaube ich so mit dem, mit der Klammer jetzt, die die Serie mit der letzten Folge, mit der zweiten Staffel, die übrigens ja den genau gleichen Titel hat wie die erste Folge, in der ersten Staffel, deswegen geschlossen hat, deswegen finde ich das ganz gut so. Also der wird mit Sicherheit nochmal das ein oder andere Mal auftauchen. Ja, mein Kollege Jan von Filmtoos hat ja die Theorie, dass man tatsächlich durch das Ende von Loki auch ein gutes Ende für Kang gefunden hat und man möglicherweise diesen Ausweg nehmen könnte, um sich von Kang zu verabschieden. Da bin ich mir unschlüssig, ob ich das glauben soll, weil ich bin ehrlich, ich mochte, oder ich fand in Ant-Man 3 eine der größten Stärken war halt Kang beziehungsweise die Darstellung von Jonathan Majors und ich will hier jetzt gar nicht sagen, egal was der getan hat, ich möchte ihn unbedingt wiedersehen, aber ich fände es halt vom Aufbau her sehr, sehr schade, wenn man diese Mühen, die man doch ja da auf sich genommen hat, wenn man die jetzt umsonst gemacht hätte und ja, ich bleibe gespannt. Ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, das hängt wirklich letzten Endes einfach jetzt davon ab, was bei diesen ganzen Verfahren um Jonathan Majors, vielleicht haben sie sich einfach so jetzt die Option ein bisschen offen gehalten, weiß nicht, ob das schon geplant war, so mit dem Ende oder so, keine Ahnung, aber so hast du zumindest eine Option zu sagen, okay, entweder, wenn das positiv für Jonathan Majors ausgeht, machen wir mit ihm weiter und ansonsten können wir zur Not auch Loki vorschieben, fände ich zwar auch ein bisschen schade wieder, wenn man ihn dann irgendwie so als Bösewicht dann wieder, wie du schon gesagt hast, Timo, das würde auch irgendwo keinen Sinn mehr machen, dann, weil er sich ja doch eigentlich als geläuterer Charakter jetzt am Ende befindet, aber vielleicht haben sie sich einfach so grundlegend einfach die Option offen gehalten und wir werden einfach mal schauen, wie es weitergeht. Das glaube ich auch. Zumindest gibt es keinen Cliffhanger, ich fand es zum ersten Mal seit langem wieder eine abgeschlossene Serie, ein abgeschlossenes Kapitel im MCU und dementsprechend gibt es ja auch gar Gott sei Dank keine Post-Credit-Szene für die ganze Staffel, sodass man wirklich mal mit einem guten Ende davon kommt. Siehst du das auch so, Marco? Das sehe ich genau so, das finde ich auch mal sehr, sehr wohltuend, auch wenn ich natürlich früher immer auf diese ganzen Post-Credit-Szenen gewartet habe, dann zehn Minuten Abspann im Kino durchlaufen lassen habe, um zu sehen, was passiert so in den letzten Sekunden und man dann enttäuscht, weil man dann einfach nur einen entschlafenden Tony Stark gesehen hat, der von Bruce Banner therapiert worden ist. Aber ich finde es ganz gut, dass sie mal mehr auf diese Eigenständigkeit gehen, auch bei Echo, wie gesagt, das kommt ja am 10. Januar dann zu Disney+. Das wird ja dann schon so unter diesem neuen Label Marvel Spotlight laufen, also was so ein bisschen eigenständig ist, was jetzt nicht mit dem großen MCU zu tun hat und ich glaube, das könnte halt auch für sie gerade im Serienbereich so ein bisschen eine Stärke werden, wenn sie einfach sagen, okay, wir machen so ein Mini-Abenteuer und lassen das so für sich stehen, ohne diesen großen Überbezug. Das hatten ja damals die ganzen Netflix-Serien auch nicht. Da wurde klar erwähnt, hier das große grüne Wutmonster und bla und blub, aber da wurde ja nie explizit auf irgendwas eingegangen, also bei Agents of S.H.I.E.L.D. also da hat man ja doch mehr noch die Filmbezüge gehabt, zumindest am Anfang und ich glaube, das tut man ganz gut, wenn man die Sachen so auf eigenen Beinen stehen lässt. Man kann ja trotzdem irgendwie so Anleihen schaffen. Wie gesagt, das haben ja diese Netflix-Produktion damals auch, also zumindest bei Jessica Jones, ich weiß gar nicht, bei Dead Devil wurde das, glaube ich, nie großartig erwähnt. Ich glaube, Jessica Jones war schon die meisten Erwähnungen von MCU-Momenten noch so ein bisschen. Deswegen, ja, ich glaube, das tut er ihn mal ganz gut. Spannenderweise schafft es ja auch Loki, oder sagen wir mal so, Loki ist die Serie, die das schafft, was die Filme momentan nicht hinbekommen, nämlich, dass man das Gefühl hat, man müsse, wenn man die und die Serie nicht gesehen hat, versteht man weniger beispielsweise, also wenn man Wundervision nicht gesehen hat, dann hat man nicht so das Gespür für Wandas Charakter in Doctor Strange 2. Das heißt, man hat das Gefühl, wenn man die Serie nicht gesehen hat, hat man nicht das volle Film-Feeling oder das volle Gefühl und das volle Oeuvre eines Films erfasst. Das ist jetzt bei The Marvels ähnlich, sagen wir es mal so, kryptisch, wer die noch nicht gesehen hat. Und gleichzeitig ist es bei den Serien, bei Loki hat es es andersrum gemacht. Sie schaffen es, dass die Filmsachen nur so bedingt Relevanz haben. Du hattest die Post-Credit-Szene aus Ant-Man 3 angesprochen. Ja, die ist dann schon noch mal so, dass es aufgegriffen wird beziehungsweise dass darauf eine Reminiscenz gestartet und gegeben wird. Aber es ist so, dass es trotzdem, und das sagte Andi auch schon mal zu Beginn, dass das halt sehr, sehr alleine stehen kann. Und gleichzeitig habe ich jetzt zum ersten Mal das Gefühl, dass diese Serien mal eine Relevanz haben. Also dass sie nicht eine Relevanz haben bezüglich nur einer Figur. Also mein Lieblingsbeispiel, du weißt halt überhaupt nicht, wer Miss Marvel ist, wenn du Miss Marvel nicht gesehen hast und sie in The Marvels um die Ohren gedroschen bekommst. Du hast aber trotzdem ein Gefühl für Loki, weil du Loki aus den Filmen kennst und hast das Gefühl, ich brauche jetzt nicht unbedingt Tor 1 bis 4 gesehen haben, damit ich weiß, was Loki jetzt in der Serie anstellt. Aber ich glaube, das, was Loki in der Serie anstellt oder was die Serie an sich anstellt, das könnte tatsächlich für die nächste Phase von Marvel mal wirklich eine Relevanz haben. Sodass man also nicht nur denkt, ich muss wissen, welche Figur das ist, sondern wirklich, ich muss wissen, was da genau inhaltlich passiert ist. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Weil die Verflechtung, das hat ja nun Kevin Feige vor etwas längerer Zeit beschlossen, die Verflechtung zwischen Serie und Filmkosmos, die sind ja viel, viel eklatanter als noch zu Jessica Jones, Daredevil und Punisher Zeiten. Ja, aber ich glaube, das haben sie jetzt mittlerweile auch ein bisschen kapiert, dass das vielleicht auch nicht so ein guter Move war, dass sie immer davon ausgehen konnten, dass jeder Kinogänger auch die Serien geguckt hat. Kannst du halt auch nicht als gegeben hinnehmen. Also das funktioniert halt einfach nicht. Also wenn, dann musst du es halt noch zumindest relativ kurz im Film dann noch erklären, aber du kannst halt nicht von jedem erwarten, dass er halt auch WandaVision geguckt hat. Und da fehlt dir halt auch gerade, wie du schon gesagt hast, zu Doctor Strange 2 einfach dann auch der Bezug so richtig. Du verstehst der Mann hier Sachen gar nicht, weil das halt in WandaVision viel mehr ausgespielt worden ist. Ja, Mensch Kinders, habt ihr noch was zu Loki, was euch unbedingt auf der Seele brennt? Oder sollen wir mal so ein kleines Fazit ziehen? Für wen ist Loki Staffel 2 was? Wie zufrieden wart ihr jetzt insgesamt? Habt ihr noch was auf euren Zetteln? Also ich finde, wie Sandy auch schon zu Beginn gesagt hat, dass man gerade bei Loki gesehen hat, dass sie wussten, für was sie das Budget einsetzen. Das hat man gerade, Beispiel, vielleicht ist Fagin in Winter Soldier, hat man es nicht so wirklich gesehen. Da gab es zwar so am Anfang so eine große Action-Szene, aber das war es dann letzten Endes auch schon. Also da hat man so das Gefühl gehabt, dass mehr in die Gage der Schauspieler draufgegangen ist als in die Serie selber. Wenn man dann hört, dass so eine Serie, keine Ahnung, 200, 250 Millionen kostet. Also Wahnsinn. Aber hier bei Loki war es sehr, sehr gut genutzt. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass sie größtenteils ja immer dieselben oder oft die gleichen Locations benutzt haben. Also gerade, was die die Wähler angeht. Aber trotzdem rein der Look mäßig auch dieses Auflösen, dieses Spaghettifizieren, wie es ja so ein bisschen in Loki genannt worden ist, fand ich ziemlich gut. Also rein von der Bildsprache her, also auch in der vierten Folge diese Szene von Sylvie, wo sich so alles um sie drum herum dann so auflöst in diesem Musikladen. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war richtig schön gemacht. Also das war eine richtig große Stärke. Und ja, Loki ist halt einfach so eine schöne, runde, für mich so ein bisschen Abenteuerserie, wo man halt diesen Charakter zugucken kann, wie er sein Problem, in das er da rein stolpert, quasi durch das Mitnehmen des Tesserakts, löst. Und für mich sehr, sehr unterhaltend. Auf jeden Fall halt durch den Hauptdarsteller Tom Hiddleston und auch durch die Leute drum herum. Also die machen das halt wirklich sehr, sehr sehenswert und kann man halt wirklich nur empfehlen. Ja, da würde ich mich auch anschließen und möchte gerade bei einem Punkt, den der Marco jetzt genannt hat, auch nochmal einhaken, was einer von zwei Punkten ist, die ich gerne auch in mein Fazit da jetzt rein kombiniere. Die Geschichte mit diesen wenigen Sets. Da fiel mir auf, wie sehr viel besser, zumindest in dieser Art der Darstellung, Serien oder TV, nennen wir es mal auch Filme, also generell Video-Ebene, besser geeignet ist, um Zeitreisen, wenn man so will, darzustellen, zumindest dieser Art von Darstellung, als es Comics sind. Wir haben dadurch, dass wir in der gerade zweiten Staffel relativ konkret verschiedene Schauorte haben, an denen eine Handlung passiert und man verbindet sie immer mit ungefähr einem Zeitpunkt innerhalb einer, nennen wir mal, linearen Zeit, eines Zeitstrangs, eines linearen und wenn er dann halt zurückspringt zu einem konkreten Ort, wissen wir relativ genau, zu welchem Zeitpunkt er gerade ist. Das ist praktisch, weil das natürlich zum einen bedeutet, du kannst das Set mit den Kostümen halt einfach eine Woche stehen lassen und alle 20 Szenen, die zu verschiedenen Zeiträumen innerhalb der Staffel spielen, alle da dann drehen. Ja. Das ist total effizient letztlich einfach auch und es ist wie gesagt sehr praktisch, weil wir als Zuschauer, als Publikum sofort wissen, okay, wo sind wir eigentlich gerade. Im Comic wäre das nur schwer umsetzbar, man müsste das mit einer anderen Kolorierung vielleicht machen, man müsste da vielleicht verschiedene sich wiederholende Panels, also Bildausschnitte benutzen und so, was sich ja auch im Einzelfall gelingt, aber es hat mir hier zumindest besonders gut gefallen, das möchte ich mal so konkret auch sagen mit diesen Sets, die sich wiederholen. Keine Ahnung, wenn wir da plötzlich diesen Jungen sehen, der irgendwelche Wachskerzen macht und im Hintergrund fehlt da so ein Wind durch das Fenster und so, wir wissen genau, wo wir gerade sind, das ist der Moment, wo jetzt eigentlich dieses Buch kommen müsste und so weiter, da könnte ich viele weitere Beispielen machen. Ja, oder auch der Dialog mit Mobius, wo er zurückspringt, das ist ja quasi sein Einstätten in die erste Staffel quasi, dieses Verhör, wo er dann so kommt, also das haben sie auch wirklich sehr gut getroffen, da gebe ich dir absolut recht. Exakt, so sieht es aus, genau. Und der letzte Punkt in meinem Fazit, der ist, ich habe erst überlegt, gehe ich jetzt hier allgemein nochmal aufs Multiverse und warum er das nicht zu sehr zerdenken sollte und so, aber ich glaube, darauf will ich nicht eingehen, weil das ist glaube ich schon generell so ein Fazit für MCMCU, einfach nicht zu lange drüber nachdenken für viele Fans. Aber was ich schon sagen muss, nachdem ich heute die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel von The Invincible geschaut habe, dieser wirklich sehr zu empfehlenden Superhelden-Animations-Action-Serie, die tatsächlich es schafft, hier wirklich nochmal ein neuer, also zum einen sich von der Comic-Vorlage ein bisschen zu distanzieren, zum anderen war die Comic-Vorlage ja selbst schon weitestgehend Persiflage von der Superhelden-Genre, ist hier ein Aspekt drin gewesen, der geht generell noch im Multivers unter. Es geht ja immer um diese Zeitstränge, die da gestutzt werden und damit auch die Menschen, die da gestutzt werden und es wird auch thematisiert, okay, da werden jetzt Menschen quasi getötet, wir nennen es nicht töten, wir nennen es stutzen, weil es irgendwie netter ist und sich dann mit dem Gewissen besser vereinbaren lässt. Was genau passiert da eigentlich? Diese Varianten, die wir in unterschiedlichsten Formen gesehen haben, das ist manchmal einfach nur, was weiß ich, ein stupfes Beispiel, jemand, der den Scheitel nach links anstatt nach rechts trägt oder so, weißt du, also so einfache Varianten, gibt es so hin, die es zu diesen krassen Varianten, dass Loki plötzlich ein Frosch ist oder was ist das, oder ein Frosch war auch, aber ein Gator und so. Klar, das ist für uns Zuschauer natürlich verständlich, dass es scheinbar was anderes ist, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Nein, das ist nicht mehr Loki, das ist einfach ein anderer, schlauer Frosch, aber gut. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass noch so sehr viel mehr untergeht auf diesen Welten, die wir da zu Tausenden, zu Millionen ausgelöscht haben. Kultur. In Vincent bebringt ein konkretes Beispiel, eine Person spricht über verschiedene Multiversen, dass in diesen Multiversen Erfindungen gemacht worden sind, Erkenntnisse gemacht worden sind, Erfindungen, Krebs ist geheilt beispielsweise, Shakespeare-Stücke wurden geschrieben, die halt in unserer Realität nicht geschrieben worden sind und anderes Kulturgut, wie gesagt, wissenschaftliches Gut, Erfindungen und so weiter, religiöse Aspekte, da ist so sehr viel mehr als nur das einfache Menschenleben zugrunde gegangen. Das fand ich, war für mich ein relativ interessanter Aspekt, der so in diesem ganzen Stutzen Multiversums-Dings insbesondere in Loki leider ein bisschen untergegangen ist, aber ja, okay, da müsste man dann weiter ausholen, das ist auch eine andere Form von Multiversum, als wir sie in Everything, Everywhere, All at Once haben und in allen anderen Millionen Optionen, die wir jetzt hätten, um uns über Multiversen zu unterhalten. Kurzum, eine spannende Serie, die ich gern geschaut habe, ich habe viel dazu gehört, ob die nicht hätte auch als eine längere Staffel kommen können, vielleicht als Film oder so, ich habe mir auf jeden Fall jede einzelne Folge sehr gern angeschaut, ich habe Tom Hiddleston gern gesehen, ich finde das Produktionsdesign in jeder einzelnen Folge herausragend, das ist einfach wunderschön, ich habe hier nie was Hässliches gesehen, selbst wenn es ultra schlicht war, ja, also ich meine, so ein Riesenraum, allein schon dieser Raum, wo die Kuchen essen, diesen Lime Pie, das ist keine Ahnung, oder wenn die so in der scheiß 70er Jahre McDonalds-Filiale sind, das sieht immer irgendwie alles hochwertig gefilmt aus und das fand ich toll, ich finde es sehr schade, dass Sylvie in der zweiten Staffel quasi irrelevant geworden ist, ich finde ihre neue Frisur nicht gut, die hat mir optisch in der ersten Spiel besser gefallen, dass damit auch dieser ganze Liebesaspekt dann unten rausgefallen ist, ist schade, ich finde den Verbleib von Loki toll, mir ist relativ scheißegal, was mit Kahn passiert, ehrlich gesagt, und möchte diese Loki-Geschichte, vielleicht, genau, das kann man glaube ich sagen, ich möchte Loki Staffel 1 und 2 all denen empfehlen, die nach Avengers Endgame nicht mehr so viel Spaß am MCU hatten, da kann man nochmal reingucken, um so ein bisschen Methadon-mäßig nochmal einen Schuss zu kriegen. Ich kann gar nicht so viel hinzufügen, also da ist sehr viel drin, was ich teile, ich muss sagen, ich finde es sehr nationell, wie Marvel hier auch zwei Regisseure, nämlich Benson Moorhead, einfach mal hat machen lassen, die ja nun mit Something in the Dirt vor kurzem auch im Kino ja so ein bisschen in der Bubble zumindest für Furore gesorgt haben. Sehr schöne Serie, ich teile auch nicht die Einschätzung von einigen aus der Film-Bubble, dass das irgendwie in den ersten drei Folgen nur immer Leute seien, die in Kulissen sich irgendwas von und irgendwas überzeugen müssen. Ich fand das schon eine sehr, sehr schön anzuschauende Serie. Bedenkt auch bitte, dass wir am Anfang ja immer so ein paar Zeitreisen in eine, in Anführungsstrichen, in ein Jahrzehnt oder eine Epoche machen und ich fand gerade so den Ausflug in Victor Timelys 19. Jahrhundert, der sah echt schon extrem gut aus. Also deswegen hat die Serie inhaltlich sehr, sehr gut erreicht. Bei einigen Sachen fand ich schon so ein paar Hänger. So im Nachhinein merke ich so, dass die ersten vier Folgen, die wir ja vorab uns schon en bloc sozusagen angucken konnten, dass die zusammen ganz gut gewirkt haben. Ich glaube, in der wöchentlichen Ausstrahlung war da schon der ein oder andere Hänger auch mal drin. Aber ansonsten, wie ich finde, mal wieder aus dem MCU, und das ist ja das Spannende, dass das unter demselben Dach in derselben Firma in Anführungsstrichen funktioniert, dass man so einen gequirlten Kack wie The Marvels produzieren kann, der parallel zu Thor und zu Ant-Man 3 entstanden ist. Und dann hat man mit Loki Staffel 2 hier eine, wie ich finde, sehr, sehr unterhaltsame und sehr, sehr gut anzuschauende, wegzubingende Serie, die, ich sagte es schon, ich glaube zumindest auch für die Zukunft ein bisschen inhaltliche Relevanz haben wird, was man jetzt von einem Secret Invasion oder von einer Secret Invasion und auch von einer Miss Marvel bisher noch nicht so behaupten konnte. Das freut mich einfach, dass das auch noch gibt. Und ich bin gespannt, was sie in der Folge mit dem ganzen Setting, ob sie damit was anstellen, ob sie es vielleicht einfach fallen lassen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir alle, glaube ich. So ist es. Dann sage ich erst mal ganz, ganz vielen Dank an Marco, der am Ende natürlich noch ein bisschen für sich Werbung machen darf. Ich sage vielen Dank an den Andi und wir Andi machen natürlich noch ein bisschen Werbung für unsere Social-Media-Kanäle. Wenn ihr beim Tele-Stammtisch was hört, was euch gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne ein Like. Uns findet ihr generell, wie unser Max so immer so schön sagt, überall, wo es Likes gibt. Seid gespannt auf unseren Adventskalender. Da kommt was Schönes auf euch zu. Seid gespannt auf den nächsten. Es wird episch. Es wird mindestens Cliffhanger geben und es wird mindestens genauso episch wie Staffel 2. Absolut. Vielen, vielen Dank an die für die Zeit. Ich bin jetzt schon mal still und Marco darf noch ein bisschen Werbung für sich machen. Ja, also erstmal nochmal natürlich danke für die Einladung hier bei euch. Sehr, sehr gerne. Schön, dass es geklappt hat. Ja, und hört natürlich auch gerne bei mir rein. Da wird es auch nochmal immer montags eine neue Folge geben. Aber natürlich nochmal eine abschließende zu Loki, wo man vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Mal gucken. Und ja, hört gerne rein. Gerne auch die alten Folgen mit Timo. Also WandaVision, da haben wir es ja sehr, sehr ausgiebig exerziert. Also ich weiß noch, wie wir eine 30-Minuten-Episode von WandaVision, glaube ich, anderthalb Stunden diskutiert haben, was da alles sein könnte. und letzten Endes ist nichts davon eingetroffen. Aber es war ein schönes Gespräch. Jetzt bist du! War sehr, sehr gut. Also hört da gerne rein oder folgt natürlich auch gerne bei Instagram flimmerkiste-mit-marco. Würde mich freuen. Und ansonsten natürlich hier beim TeleStandTisch alle möglichen Folgen hören. Immer top aktuell. Da höre ich auch sehr, sehr oft rein. Prima. Dann war es das von unserer Stelle aus und wir freuen uns auf die nächste Besprechung. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStandTisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.